Und jetzt bin ich hier unten? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich muss hier wieder raus. Ich habe aber nichts zum rausgehen. Verdammt, Mann. Jetzt bin ich hier auch noch falsch gelandet. Heilige Scheiße. Okay. Okay. Das ist nicht lustig. Wow. Hey, warmer Bruder oder Genosse. Verpiss dich. Ah, Mann. Wie viel verdreckt denn so ein Drecksack? Oh. Ich habe, glaube ich, verkackt. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich habe verkackt. Ja, hast du verkackt. Tschüss. Oh. Ich habe verkackt. Ja, nicht gerade. Egal. Ich weiß, wo es lang geht und mich kriegt keiner. Ich weiß nicht, wo es lang geht und jeder kriegt mich. Scheiße. Okay. Okay. Ruhe, Ruhe, Ruhe bewahren. Okay. Wo sind wir verdammt nochmal hier rausgekommen? Hier also. Folge dem Weg. Na, dann mache ich das doch einfach mal. Der führt mich, denke ich, mal hier rein. Okay. Oh. Das ist ja mal. Ja. Ne, da gehe ich jetzt aber nicht rein. Ich gehe hier erstmal hoch. Und schaue mir das hier alles erstmal ganz gemütlich an. Äh, ja gut. Auch wenn es hier. Komisch. Vielleicht. Man darf ja nichts kaputt machen. Und ich spiele ja mal wirklich. Really. Na, gehen wir halt mal rein. Wow. Okay. Okay. Wähle eine Waffe. Also, knock back one. Knock back one. Bane. Okay. Jetzt mal mal eins. Okay. Wähle eine Waffe. Ich habe eine. Wähle. Nimm die Rüstung. Okay. Nimm die Rüstung. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ja. So. 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 Ähm. Den Helm kriege ich den. Da haben wir doch einen Helm. Okay. Okay. Nimm das Essen. Er hat ja nicht gesagt, wie viel ich nehmen soll, oder? Nimm das Essen. Heißt ja nicht, ich nehme ein Essen. Also, ich nehme jetzt hier einfach mal reichlich. So, das langt. Steak. Oh, no, no, no. Okay. Dann würde ich mal behaupten, dass es hier weitergeht. Oh, Junge, Junge. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Die lassen sich nur von einer Seite öffnen. Okay. So. Hey, Mann, Kamerad, bleibt da drin. Verpiss dich. Oh. Ach, so ein Hohensohn. Mann, oh Mann, ey. Sein nicht mal normal hier. Okay. Ja, 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 ja. Kriegst deinen Lohn in andermal. Hau ab jetzt. Okay, hier geht's auf jeden Fall wieder raus. Hach. Okay. Das Hammer, denke ich, dann mal. Oh, Lava. Das hab... Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich kann's mir... Och, die folgen mir auch noch. Ich kann's mir aus irgendeinem Grund denken, was jetzt kommt. da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Dann schauen wir mal, was uns jetzt so erwartet. du 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 so hoch hier so ach nee das schaffe ich doch ach ach so checkpoint okay ja das ist aber nicht nacht nicht wartet sich bis nacht ist dann schaffe ich das oder schaffe ich das nicht ich habe ja noch erde ich könnte ja cheaten ich weiß nicht ob ich das schaffe ich glaube nicht dass ich das schaffe oder schaffe ich das neun ach ach da geht es auch weiter ne ich glaube nicht dass es der absicht ist um okay und jetzt was sollte ich in diesem falle tun ach we ist wett ich muss darüber ne und dann in den drecksbaum rein ich komme da jetzt aber nicht ich probiere es mal von unten ob ich da noch irgendwie eine chance habe oder ob die mich jetzt total verbannen vielleicht geben die mir ja noch eine chance wenn ich hier richtig rumhubbel wir haben wir haben wir haben wir haben wir ja das kriege ich weg das kriege ich weg das kriege ich weg das kriege ich weg obwohl ich es nicht weg machen darf aber irgendwie muss ich da ja hochkommen jetzt das heilig ach ich hätte es ja eigentlich gleich so machen können hätte ich es nicht weg machen müssen aber das ist jetzt egal jetzt sind wir schon auf der zielgeraden jetzt sind wir gleich oben und zack und jawoll hammers was war da drin noch das ist mir jetzt egal hier geht es weiter spring folge den schildern okay ähm schilder schilder ich sehe hier aber du hast gesagt spring ich bin gesprungen aber wir sind ach da ist ein schild okay tatsächlich habe ich es wohl nicht gesehen jetzt kommt bestimmt tauche ab nach oben ja ja okay so war da ein schild ne war kein schild hier war da ein schild okay klettere den berg hoch na dann werde ich das doch mal machen hier im adventure oh scheiße so okay ich klettere den berg hoch aber wahrscheinlich nicht so wie der typ das jetzt möchte naja wenn es falsch ist dann soll ja mal einer kurz was sagen sag ja hierhin wie hierhin ich bin doch wie hierhin wenn ihr mich zu verarschen ich gehe einfach noch eins höher vielleicht entscheidet das sich doch um weiter okay okay ja ja äh weiter geht es aber nicht ach tatsächlich es geht weiter ja ja scheiße das brauche ich ja eigentlich nicht aber ich nehme es trotzdem mal mit so oh freund oder feind so oh okay der will wohl dass ich echt dort runtergehe aber ich sehe da gar kein schild ich glaube nicht dass der will dass ich da runtergehe oder will er das ich weiß es nicht vielleicht will er dass ich auf den baum dort hoch gehe aber er hat sich hingeschrieben vielleicht denkt er ich bin dumm und kann mir das so denken aber ich bin ja dumm und kann mir das so nicht denken da geht es also nicht rein oder da geht es also nicht rein oder egal ich probiere einfach mal ach nee das ist mir egal ich springe jetzt runter puh das überlebe ich nicht lass mal was essen mhm so so dann schauen wir halt mal das überleben wir wow da sehe ich doch schon wieder irgendwie keine schilder aus irgendeinem grund sind hier keine schilder hallo hallo ich glaube ich bin falsch ist das wohl arg schlimm wenn ich jetzt falsch bin da so 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 Vielen Dank.